Hallo, ich bin Pablo Conrad, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Schauspieler, wohnhaft in Köln und jetzt laufen da Leute draußen vorbei, ist mega peinlich, schließt gerade jemand sein Fahrrad ab. Oh, hi, Bernd? Die Kamera soll nicken. Oh, hi, Bernd? Hi, ich bin Tim. Ich finde es super, dass wir jetzt zusammen, ich finde es, nee, du bist ja kleiner, Bernd ist kleiner, oder? Das ist Nelson Müller, unser berühmter Fernsehkoch. Sieht aus wie eine normale Straße mit Baum, ist aber Nelson Müller. Was sagt man denn normalerweise? Das muss aus so einer Floskel kommen. Man sagt doch so, hallo, ich bin Schauspieler und ich kann mich mit der Rolle sehr gut identifizieren. Ja, richtig, genau. Ich kann mich mit der Rolle wirklich sehr gut identifizieren. Hallo, ich bin Pablo Conrad, ich bin Schauspieler. Du bist ein Arschloch, ja. Du bist ein verdammtes Arschloch-Boss. Klar bin ich eins. Außerdem habe ich beschlossen, ich will eins sein. Und habe studiert an der Hochschule für Musik und Theater. Ich gucke da nur runter, weil mein Mikrofon da ist. Ich muss nichts ablesen. Ähm, hier. Selbstvermarktung und so ist auch noch ein großes Thema für mich, wo ich auch etwas Nachhilfebedarf habe. Und was hättest du dann gemacht, wenn ich nichts gemacht hätte? Du hättest gequatscht, gequatscht, gequatscht mit seiner Spucke in deiner Fresse. Du verdammtes Arschloch. Aber hier, da spucken sie die ganze Zeit. So, guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade aufgestanden und wollte mir wie jeden Morgen schön einen Kaffee machen. Da, guck mal, da kommt es schon. Das schwarze Gold, das ich mir jetzt gleich einverleiben werde. Sag nur mal kurz Hallo und im Grunde auch gleich wieder Tschüss. Und dazwischen noch Dankeschön für die Aufmerksamkeit und genau. Dankeschön.